so neue runde neues glück hoffentlich die map dürfte ich auch noch nicht kennen mal schauen wie es diesmal läuft ich konnte eben auch im chat lesen dass es offenbar bis level 50 geht und es dann so eine art prestige gibt wird man das genannt habe den namen jetzt aber leider nicht mehr im kopf wieder ich muss mal gucken werde ich immer nicht so einfach weil ich kann das war ein piste damit kam ich irgendwie so wirklich klar und cool fuck ja da haben wir beide ein bisschen rum genug gerade nein ich will da raus danke bisschen zu spät kann ich daran nur weil ich da festhängen ja krävers fett laufen ist natürlich immer eine gute idee das klappt meistens btf ach der war hinter mir scheiße am arsch dem habe ich voll eine verpasst ich hab den gekickt alter das ist ja manchmal echt übel btf so läuft mal wieder richtig beschissen gerade 1 zu 3 könnte durchaus besser sein oh mann klar und ich glaube voll in die fresse ja ich wollte mal eigentlich waffe wechseln ach fuck ich hätte ja einfach wieder so schießen sollen aber man verlässt sich dann irgendwie zu sehr auf die pistole ok auch nicht schlecht wusste ich auch nicht dass es sowas gibt wow das gucke ich mir noch glatt mal aus der nähe an oh alter alter was los man das lag doch wohl nicht wahr sein scheiß die wand da an das geht ja richtig auf den piss als du 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 ... ... ... ... ... so ja headshots kann man so ohne weiteres mal eben sammeln bei den grunts zumindest bei den anderen ist es natürlich zumindest nicht ganz so leicht aber wenn man es kann dann geht das sicherlich auch und tschüss da mache ich lieber mal wieder einen schnellen abflug die standen einfach ein bisschen gescheuert in der gegend rum da verlasse ich mich dann zu sehr drauf dass die smart bist du das schafft mit dem ziehen zielen schon immer falsche richtung dann krieg ich davon auf so So. Huh, ist das ok. Besser als gar nichts. Kann man hier nicht irgendwie... Achso, muss man dann gedrückt halten. Ok, das hab ich natürlich verplant hier. Halt mal. Alter, geh zurück. Hm, naja. Ok, also die Pistol ist auf jeden Fall nichts für mich, die Smart Pistol. Hab ich gemerkt. Da verlasse ich mich dann viel zu sehr drauf und versau's. Aber, ähm, ich denke ich werd's trotzdem irgendwie immer mal wieder ausprobieren. Vielleicht läuft's irgendwann doch mal ganz gut. Jedenfalls, äh, mach ich hier dann wieder Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach, Moment. Freigeschaltet Challenges. Genau. Gibt's natürlich auch. Äh, wie in jedem Call of Duty Spiel. Haben sie das ja auch wieder eingebaut. Kann man ordentlich IP mitsammeln. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020